in jahre an und sie kommen zurück zu der legend of Zelda aber aufgrund Linke Bräu guckt nun schon dem Deckel entgegen gehen wir endlich in den Schrein ich glaube alles einfach nur so und hier hol dann die Kiste und holen den Schrein ab das ist tatsächlich eine Prüfung Willkommen Pilger mein Name ist Q okay da habe ich ehrlich nicht gerechnet es steht in den Sternen Sterne gefunden sollen wahrscheinlich Sternbilder sein sieh zu den Sternen die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal die Sterne werden hier oben die ist ja jetzt fehlerhaft 1,2,3,4 dort unten haben wir jeweils zwei Kugeln auf jeder Seite da sind die Sterne okay eben zwei Kugeln das sind drei Sterne richtig das sind drei also geben wir eine 3 ein so 1,2,3 sind das jetzt vier oder drei weil mehr haben wir ja nicht oder sind es drei wir machen mal vier probieren wir probieren wir das jetzt einfach so und da ja gut ja gut finden wir das da wieder vielleicht einfach so ein längliches Ding das ist doch quasi das da oder ja hier führt das jetzt weiter nein das komische Bild ist auch da 1,2,3,4,5,6,7 ja 7 kann ich nicht machen haben wir halt 5 das sind auch mehr als 5 was für Bullshit haben wir was geschafft nein wäre auch verwunderlich ne so da ich glaube das sind 3 und 4 was sind das vielleicht sind das 4 weil da 4 dicke sind frag mich nicht und wie viel sind das auch 4 3 2 2 mein letztes Angebot hm ok also ich glaube die linke Seite ist richtig ich frage was stellen wir hier mit an es sind einfach mehr als wir Zahlen haben warte mal das längliche Ding hier ist mehrmals das ist mehrmals drauf das ist zweimal drauf vielleicht ist die linke Seite noch nicht richtig so das ist zweimal drauf na kacke das ist zweimal hinten drauf oder dreimal mit dann haben wir hier dieses komplette Gewirr das ist das einmal da das komplette Gewirr dann ist der richtig dann ist der ja richtig so dieses doppelte ist ist auch nur einmal ne ist zweimal drauf ne dreimal ist dreimal drauf und der einzelne penöpel ist fünfmal drauf der einzelne penöpel ist fünfmal drauf ich hätte direkt dahin gucken sollen das geht ja war nicht ganz so klug kist 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 1 2 3 4 von den langen 2 von den wirrwarr einer und nochmal lass mal lass mal screenshotten gut wenn wir die jetzt rausnehmen wird er dann löst er dann das Tor wieder weg das wäre natürlich nicht so pralle so das war viermal da richtig ne das ist nicht zu das halt mal schnell in die Screenshots luken äh ne 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 so das ist viermal da dann das doppelte ist zweimal da das doppelte ist zweimal da das lange war einmal da das lange war einmal dabei wie oft war das andere dabei das wirrwarr ding dreimal ne zweimal 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 das wirrwarr und jetzt kriegen wir noch die Truhe dazu als bonus ne 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 die Truhe die holen wir uns das im schlimmsten irgendwie so ein kack drin Bokobling Koilung oder so Ritter zwei Hände ne oh nimm sogar Platz dafür das kommt auch nicht so häufig vor ne boah aber ein schöner Schrein oder ne äh dann setzen wir unsere Reise jetzt fort im Wald der Kroks so wir sind immer auch im Wald der Kroks und wir haben jetzt drei Zeichen der Bewährung das heißt uns fehlt noch ein Zeichen und wir haben jetzt zwölf Herzen und mir wurde in den Kommentaren ja schon gesagt ich brauche 13 Herzen für das Master Sword aber wir wollen es einfach noch mal selbst wissen oder ja wir ziehen dran Linky Boy die Erinnerung der Flashback an das Master Sword der Rest liegt an dir du bist unsere letzte Hoffnung ja Link ist die letzte Hoffnung bitte das war ein kurzes Flashback jetzt hat sie ihn getroffen das Flashback oh da ist er da ist er da ist er ist ja cool hm wer hä wieso kennst du mich nicht er muss mich doch wohl kennen eines der wenigen Zeldas die ich tatsächlich gespielt habe ich bin ja nicht so der der Zelda Spieler aber da wer kommt denn in jedem Zelda vor dann wäre es ein bisschen peinlich ne in diesem D hier sagt schon in dem einen kann man nicht vor dass ich auch noch gespielt habe ich will den Namen vergessen jetzt verprobieren mich bestimmt alle Zelda Fans sorry ne wir erinnern uns glaube ich kein Stück die Croc so süß da hinten so süß ähm The Great Decu Tree ja 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 an mich von Alters das Master Sword sieht schon geil aus ne sieht schon ziemlich gut aus um damit die Verheerung zu bekämpfen das heilige Wachstum und ob du es glaubst oder nie du selbst warst es der vor hundert Jahren das Schwert aus seinem Stein zu doch übe dich in Geduld wer auch immer wagt es zu ziehen wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gesteckt okay Niggi Boy ist allem gewachsen ich kann nicht sagen ob du in deinem jetzigen Zustand seiner Würde bist wenn du versuchen solltest es aus dem Sockel zu ziehen bevor du deine einstige Stärke wiedereinander passt oh wie süß wie süß wieso die Crocs wie süß oh Gott sind die Crocs süß wer dieses Schwert ziehen will muss auf der Höhe seiner wahren Kräfte sein wollen wir sehen ob du bereit bist Hauptziel das Schwert des Helden steht was in der Quest dazu oh Gott oh Gott oh wir kriegen es es kommt komm mir wurde ja gesagt es sind 13 das genügt wenn das Schwert nicht losgesessen wärst du gestorben werde ich dich nicht aufhalten musst du bereit sein können wir nicht einfach schummeln so ein Maxi-Ding Maxi-Essen reinfeuern zack 13 Herzen los geht's toll 13 Herzen das heißt wir müssen genau noch ein Schrein finden da haben wir einen Turm markiert wir holen uns jetzt das letzte Herz dafür ich will's haben so nah und doch so fern 13 Herzen hat man mir zugetragen benötigen wir und diesen Turm benötigen wir das hab ich für mich jetzt festgestellt dann ja ist nicht so mega spannend da hinzulatschen ne springen wir mal ihr linky boy streift durch die Wälder von Hyrule um den letzten Schrein zu finden der ihm gibt die Kraft das Master Sword zu führen ja dieses Lied ist ziemlich kacke aber immerhin sagt es was wir tun ihr linky boy Held von Hyrule streift durch das ganze Land um sich endlich das Master Sword zu verdienen linky boy seine Augen gerichtet auf das Master Sword linky boy master des Master Sword linky boy linky 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 boy linky boy organisiert sich mal kurz das Master Sword linky boy organisiert sich mal eben das Master Sword linky boy organisiert sich kurz das Master Sword er sagt lass mal rüber wachsen ich hab bock auf das Master Sword linky boy hat bock auf das Master Sword die Jäger wo kommen wir denn dahin Schrein in der Nähe. Da ist ein Stall. Da ist wieder dieser super seltene Drache, den man nie zu Gesicht bekommen sollte. Da hinten ist der Schrein. Boah, ihr wisst gar nicht, was er für die Geburt war, hierher zu kommen. Schrecklich. Und da ist ja direkt noch ein Schrein. Ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Boah, ich sag euch das, diese Reise, die war so anstrengend hierher. Äh, es kann jetzt gar nicht hier. Was mach ich nur? Meine Nachforschung haben mich nach Ost und West gewöhnt. Jetzt bin ich im Norden gelandet. Hier soll es ein Knochenpferd geben. Aber es ist zu kalt, um weiterzuschauen. Ah, meine Intuition in Verbindung mit deiner Frage sagt mir, dass du dich für das Knochenpferd interessierst. Ich will dieses Monster mit meinen eigenen Augen sehen. Es wäre unglaublich, wenn es wirklich existieren würde. Tja, nur leider komme ich zwar in allen möglichen Gefahren. Klar, aber bei dieser Kälte hört der Spaß auf. Würdest du mir helfen? Natürlich gegen eine Belohnung. Ein Bild oder ein paar Notizen oder so würden mir reichen. Verstanden. Ja, das wollte ich hören. Den Geschichten nach findet man auf der nördlichen Tabana-Ebene zusammen mit, äh, Stabokoblins. Andere Quellen besagen, es befindet sich sogar jenseits der Ebene, ganz drüben im Osten von diesen seltsamen Ruinen. Du machst das schon. Ist klar, ne? Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ich dachte, wir treffen auch Kangas und er sagt uns nochmal, yo, check doch mal diesen Place ab. So, Leute. Und, äh, wir kochen jetzt erstmal noch was, denn, äh, gerade auf dem Weg dahin, ist mir aufgefallen, wir haben ja echt überhaupt absolut gar nichts. Und das ändern wir jetzt mal kurz. Kochen ist des Linkys Spaß. Kochen ist des Linkys Spaß. Ja, Linky-Boy liebt es zu kochen. Hm, denn, das macht ihn froh und sooo. So, nachdem ich euch das hab ertragen lassen im Schnelldurchläufe, verkaufen wir auch nochmal unsere Sachen schnell. Ich möchte verkaufen. Und zwar die ganze Masse an Edelsteinen, die wir so eingesammelt haben. So, das war's auch schon mit dem Verkaufen. Und jetzt ist es Zeit, euch komplett zu vertrösten. Und dann diesen Schrein, diesen Schrein, den machen wir tatsächlich erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind jetzt wieder voll ausgekittet mit Essen. Und, äh, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.